Hallo Tempur-Fan, prüfen wir eigentlich unsere Matratzen? Selbstverständlich tun wir das. Wir gehen sogar einen Schritt weiter und lassen sie extern prüfen. Unsere Matratzen sind TÜV Rheinland zertifiziert. Wir dokumentieren dies in unseren neuen Prospekten auf der jeweiligen Matratzenseite unten rechts und geben dort eine Prüfzeichennummer an. Jedes Liegegefühl, also Original, Cloud, Sensation oder Hybrid, hat ihre eigene Prüfzeichen bzw. ID-Nummer. Worum geht es eigentlich? Es gibt gesetzliche Grenzwerte, wenn es um Emission und Schadstoff in Produkten geht. TÜV Rheinland hat ihre eigenen Grenzwerte, die deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Hohe Ansprüche also. Und wir stellen uns diese hohen Ansprüche und haben unsere Produkte bei TÜV Rheinland testen lassen. Was genau wird untersucht? Die Matratzen, also Schaumstoff unter Bezug, werden auf flüchtige organische Verbindungen oder Geruchsstoff untersucht und sie werden auf Abrieb, Staub und Faseremissionen getestet. Selber werden sie auf Schadstoffe chemisch untersucht, Schadstoffe wie Schwermetall, Pestizide oder Weichmacher. Lassen Sie uns auf die Website von TÜV Rheinland gehen und uns das Ergebnis anschauen. Wir sind jetzt auf der Website von TÜV Rheinland auf Zertipedia, also Zertifikatsdatenbank. Dort habe ich schon die Nummer eingegeben von unserer Originalmatratze, Suche starten. Und dann wird uns hier gleich bestätigt, dass wir darauf eine Prüfzeichennummer haben bzw. auch ein Zertifikat. Das können wir uns anschauen. Darnfoam ist Tempur Dänemark. Das ist der Zertifikatsinhaber, also Tempur. Und hier wird bestätigt, dass unsere Matratzen Emissions- und Schadstoff geprüft sind. Wenn wir zurückgehen, sehen wir auch, dass unsere andere Matratzen, die wir haben, unsere andere Matratzenlinie, nämlich Original Sensation, der Topper, Hybrid und Cloud ebenfalls Tox-Proof haben, das heißt Emissions- und Schadstoff geprüft sind. Tempur-Matratzen sind TÜV Rheinland zertifiziert.